Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschler und willkommen für euch in Shadowlands und Wix. Und zwar, dass ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault aufmachen. Und da war ich ja wieder halbwegs fleißig. Im Moment bin ich ja ein bisschen am Arena spielen, um mir unter anderem hier das Mount zu erspielen. Und dort bin ich mit dem Mount soweit fertig. Jetzt gibt es hier schon theoretisch den Sattel hier als nächstes. Den brauche ich aber tatsächlich nicht. Und zusätzlich konnten wir uns ein, zwei Belohnungen da spielen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein. Vielleicht ist ja was drin, was ich noch brauchen kann. Ich habe jetzt hier oben auf Heal, glaube ich, stehen. Ich könnte noch so ein Transmog durchbrauchen und vielleicht noch ein Gear-Upgrade. Gucken wir mal, was wir drin haben. Vielleicht mit Tertia-Stat. Da haben wir einmal Movement-Speed tatsächlich drauf, was gar nicht so verkehrt ist. Was? Was habe ich im Moment an? Ich habe halt die mit Tempo an. Ja, 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 ja. Also wenn das mit Tempo geprockt wäre, wäre es halt sehr stark, weil ich brauche halt eigentlich in der Katze, zumindest im Necrolord, was ich spiele, Tempo. Und was haben wir hier? Der Ring, der hat auch Crit drauf. Also ich habe leider zwei Crit-Items, aber ich nehme jetzt trotzdem mal hier dieses Tempo-Ding her. Denn ich wollte mir immer ein Speed-Gear basteln und vielleicht können wir das dafür so ein bisschen benutzen. Leider, das dritte Item habe ich nicht ganz geschafft. Da hätte ich noch ein bisschen mehr spielen müssen, aber zwei haben wir zumindest. Und ja, ist jetzt kein krasses Upgrade, aber für mein Speed-Gear kann ich es auf jeden Fall benutzen. Temok war es leider nicht dabei. Ich habe mir aber auch schon die meisten Teile geholt. Und zwar habe ich da mal alle möglichen Eroberungspunkte ausgegeben bei sehr vielen Chars, um dementsprechend hier die Temok-Sachen noch vorm Patch einzuheimsen. Gut, das war es eigentlich schon. Schreibt mir gerne, ob ihr gerade noch den Vault am Farmen seid und was ihr da so bekommen habt. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Hoi tjela, bis dann, ciao.